Es wurde immer dunkler, immer windiger und die Sicht verschwand und es waren Hagelkörner, die größer als Pflaumen waren, fast wie kleine Pfirsiche. So wie man es sonst nur von Amerika kennt, so orkanartige Windhose, die vom See kommt, hier so sich drehte und die Gartenmöbel hier gegen den Zaun schmisch, dann wendete und wieder zurück. Wenn eben dieser ganze Sturm sichtbar gewesen wäre, aber der war eben durch den Regen komplett unsichtbar. Die Sichtweite war circa drei, vier Meter. Mehr konnte man nicht sehen. Nur als es mal eben kurz nachgelassen hat, konnte man erkennen, konnte gar erkennen, dass hier das Bürodach beschädigt war.